Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 21.700 West-Dollar. Wir haben ein neues Lower-Low gesehen, was sehr wahrscheinlich war. Warum? Schauen wir uns das gleich nochmal ein bisschen in der tieferen Chart-Analyse an, also in den kleineren Timeframes. Wir haben gestern schon drüber gesprochen im Livestream. Möchte ich jetzt aber nochmal wiederholen, warum das jetzt möglicherweise passiert ist und welche Preislevel uns jetzt möglicherweise drohen. Das schauen wir uns im heutigen Video an. Außerdem werfen wir kurzen Blick auf Ethereum und Matic, weil sich da auch ein bisschen was getan hat. Und auch ganz, ganz kurz einen Blick auf IOTA, auch weil wir das die letzten Wochen immer mal wieder im Blick hatten und da draußen sehr, sehr viele IOTA-Anhänger sind. Deswegen schauen wir uns auch hier mal ganz kurz den Chart an. Doch bevor wir starten, wie immer, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne auch natürlich den Zweitkanal abonnieren. Das sind heute und morgen dann wieder die Stream-Highlights von gestern drauf. Stream findet dann auch heute wieder statt um 19 Uhr, also auch dort gerne dabei sein und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Ich habe gerade schon wieder ein Setup reingepostet. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen näher erläutern. Und nochmal ein kleines Update. Es läuft weiterhin bei Apex One, wo ich das Video dazu gemacht habe, wegen diesem KI-Bot. Läuft weiterhin. Die Erträge kommen, sage ich mal, täglich rein. Also momentan bin ich echt zufrieden. Schaut euch das Video gerne nochmal an. Apex One AI finde ich momentan echt gut. Aber wie gesagt, große, große Warnung. Man kann nie zu 100% sagen, dass es Safety ist. Aber checkt gerne den Link unten in der Videobeschreibung ab. Gut, und jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 21.700 US-Dollar bei Bitcoin. Und wir sind jetzt gerade schon im Einstunden-Chart und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar haben wir gestern im Livestream drüber gesprochen. Hier diese kleine Einstunden-Demand-Zone wäre so unser letzter Ankerpunkt gewesen. Da haben wir gesagt, okay, ein Bounce hier drin wäre gut. Wir hatten dann den Bounce gestern genau während des Livestreams eben in dieser Zone gehabt. Ging dann nach oben, dann nochmal so ein bisschen rumgewurschtelt. Umgewurschtelt und wir haben es dann nicht mehr geschafft, ein Höheres hochzutreffen. Wir sind dann hier oben an dieser Zone wieder rejected worden, was natürlich bearish ist. Und dann ging es deutlich nochmal nach unten. In der Spitze sind wir bis auf 21.580 US-Dollar gefallen. Und das war so dieser Bereich, wo ich gestern darüber gesprochen habe. Die 21.500 US-Dollar sind auf jeden Fall noch möglich. Die Long-Position läuft weiterhin. Wir sind hier Plus, Minus, Stop-Loss, Entry. Also das heißt, wir sind momentan weder im Plus noch im Minus hier, weil das ja auch unser Entry war. Die 21.750 US-Dollar. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nochmal ein kleineres Leg-Up nach unten hinbekommen. Warum? Das Volumen ist jetzt nicht wirklich berauschend gewesen hier unten. Also mit diesem WIG, wir müssen ihn nicht mehr unbedingt füllen. Trotzdem habe ich ja gesagt, 21.600 US-Dollar. Entry, wer jetzt gerade in die Signalgruppe reingeguckt hat, also da wie gesagt gerne reinjoin, ist trotzdem ein interessanter Bereich, um hier so einen kleinen doppelten Boden einerseits zu bilden. Und natürlich, wir haben hier unten auch noch unseren Pivot Monthly S1 bei 21.500 US-Dollar auch noch liegen. Das sind so diese zwei Punkte, weshalb ich davon ausgehe, dass wir einfach hier nochmal runterkommen und diesen Pivot vor allem nochmal testen könnten, bevor wir dann möglicherweise im Laufe des Tages einen Reversal starten. Wir haben jetzt die FED hinter uns. Und morgen warten sehr, sehr wichtige Daten auf uns. Morgen die NFPs, also Non-Farm-and-Payrolls-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Ein Poll hat gestern nochmal betont, das habe ich ja auch in die Telegram-Gruppe gepostet, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wo hat das geschrieben? Genau, wir haben keine Entscheidung über die Mehrsitzung getroffen und sie ist datenabhängig. Und kurz darauf dann eben noch das über das Temp betont, dass keine Entscheidung getroffen ist. Nee, es war doch nicht das Falsche. Aber das waren so die wichtigen Sachen, dass eben noch keine Entscheidung getroffen wurde. Und die Daten, das kam dann in irgendeinem anderen Post nochmal, dann sehr, sehr wichtig werden würden. Und am Freitag kommt eben diese Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Und ich kann mir vorstellen, wenn diese Daten positiv für uns ausfallen, dass die Zinsen maximal um zweimal 0,25% erhöht werden, sollten die negativ ausfallen. Das heißt, die Beschäftigung hat nochmal einen enormen Schub gegeben. Kann ich mir echt die 0,5% sogar vorstellen, dass die FAT die Zinsen erhöht. Und das könnte dann erst einmal wieder ein Gnadenstoß für die Märkte werden. So, nur nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen zu newslastig war, aber muss auch mal sein. So, welche Level sind jetzt auf jeden Fall interessant? Wie gesagt, einmal dieser S1, das ist so dieser Entry Point, wo ich gesagt habe, in der Signalgruppe. Dann aber auch noch die 21.245. Hier drüben haben wir eben noch diese Ineffizienz. Die seht ihr hier, das ist diese blaue Linie, die muss ich nochmal min... Ne, passt schon hier. Das ist diese Ineffizienz, deswegen auch der Stop-Loss da drunter. Dann haben wir gleichzeitig hier noch so eine kleine Demandzone und eine riesige Daily Demandzone, die von 21 bis 24 geht. Um jetzt aber einen kurzfristigen Trade zu machen, und den werden wir ja hier, sobald dieser Order getriggert wird, werden wir hier diesen aufmachen. Habe ich mir jetzt gedacht, okay, diese Zone bietet sich halt sehr, sehr gut an. Die 21.600 US-Dollar bis 200, das sind jetzt knapp 2% Risk, ist absolut human, meines Erachtens nach. Und das Bounce-Potenzial ist einfach weiterhin da. Wir haben auf Daily weiterhin keinen Strukturbruch. Wir haben zwar in den kleineren Timeframes einen Strukturbruch, aber auf Daily befinden wir uns weiterhin in einem Abtrend. Und das ist so lange der Fall, bis wir die 20.400 US-Dollar brechen, klar. Wir haben diese Trendlinie durchbrochen, aber an sich haben wir noch kein Lower Low. Und darauf wird es jetzt meines Erachtens nach die nächsten Tage ankommen. Wir blicken nochmal ganz kurz auf den Daily Timeframe. Wie sieht es jetzt hier aus? Beziehungsweise war gelogen, nicht 20.400, sondern eben hier diese nach Schlusskurs 21.500. Nach WIC sollten wir auch nicht unter 21.351 US-Dollar fallen. Das heißt, Trendbruch, Trendlinie, okay, schreiben wir ab. Trendbruch auf Tagesbasis, nein, den gibt es noch nicht. Also noch gibt es Hoffnung, dass dieser Trend hält. Und deswegen jetzt auch dieser Trade mit diesem Stop-Loss. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier wieder wichtiges Level getroffen, wo wir auch die letzten Tage immer mal wieder drüber gesprochen haben. Auch hier muss ich sagen, läuft mein Trade noch. Aber der zweite Entry wurde jetzt bei 1.535 abgeholt. Das heißt, wir müssten jetzt momentan hier einen Entry von 1.547, 48 US-Dollar circa haben. Also auch minimale Minus, aber wir haben diese Ineffizienz jetzt endlich gefüllt. Das war ja auch dieser Punkt, warum ich gesagt habe, Stop-Loss. Auf jeden Fall hier unten bei 1.513 US-Dollar. Also der läuft momentan noch. Ich gehe auch hier ganz ehrlich heute von einem Reversal aus im Laufe des Tages. Donnerstag ist immer so ein bisschen Reversal Day. Kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass wir zumindest weiterhin das Ziel hier oben bei 1.630 US-Dollar fischen. Einerseits wegen der Ineffizienz, andererseits auch wegen dem Pivot, der hier oben eben auch noch dazu liegt. Abverkauf in Richtung 1.488 sollte meines Erachtens nach jetzt hier im Laufe des Tages nicht vorkommen. Das war es aber auch ganz ehrlich zu Ethereum. Wir brauchen hier nicht näher darauf eingehen. Wir haben hier noch weniger Volatilität als bei Bitcoin. Wir haben auf dem 1-Stunden-Timeframe eine mini, 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 minimale Bullish Divergence hier momentan vorliegen. Wie gesagt, Ineffizienz wurde gefüllt, Void wurde gefüllt. Das war wichtig und jetzt müssten wir, sollte dieser Wick hier nicht noch gefüllt werden, auf jeden Fall jetzt erst einmal ein Reversal reinkriegen. So, dann kurzes Update zu Matic, was wir gestern im Livestream besprochen haben. Ausführlich kommt dann auf den Zweitkanal. Order wurde gestern abgeholt, erster Take-Profit erreicht, jetzt ist wieder Stop-Loss-Entry. Ich warte hier gegebenenfalls nochmal auf einen neuen Entry. Und wer IOTA-Fan ist, ganz, ganz wichtig, Daily-Timeframe mal ganz kurz angucken. Ausführliche Analyse kommt dann noch bei CryptoGuru. Wir sind hier im Golden Pocket gelandet. Also auch hier, haben wir ewig ja drauf schon gewartet, dass wir hier endlich mal ins Golden Pocket gehen. Wichtiger, wichtiger Bereich für IOTA, sollte jetzt hier wirklich diese Trendwende einsetzen. Und schaut euch mal ein bisschen die anderen Altcoins an. Zieht euch die FIP-Levels von dem Low bis zu unserem High. Wir sind bei vielen, vielen Altcoins mittlerweile im Golden Pocket angekommen oder am Golden Pocket rejected worden. Also es wird hier wirklich ernst. Entweder jetzt Trendwende oder halt gar keine. Und wir sehen den nächsten größeren Crash. Und dann aber auch Bitcoin Richtung 18, 19k. Also es wird sehr, sehr interessant werden. Behaltet es auf jeden Fall erst einmal im Blick. Gut, das soll es jetzt erstmal zur Analyse gewesen sein. News gibt es momentan keine. Deswegen bleibt von meiner Seite nur zu sagen, blickt gerne auf den Zweitkanal später. So ab 11 Uhr werden die Videos dann nach und nach hochgeladen. 11, 14 und 17 Uhr glaube ich, habe ich sie getimed. Und ja, heute Abend 19 Uhr. Wie immer Livestream. Freue mich, wenn ich wieder einige Bekannte dabei habe. Und dann war es das von meiner Seite. Gerne, wie gesagt, Telegram-Gruppe joinen. Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns heute Abend, beziehungsweise heute Mittag oder Nachmittag gibt es noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Und ja, wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.